Die saftigen Wiesen im unteren Münstertal sind keine Selbstverständlichkeit. Das Münstertal gehört zu den trockensten Regionen in der Schweiz. Die künstliche Bewässerung der Wiese spielt hier wichtige Rolle. Seit den 80er Jahren werden hier flächendeckend Hochdruckbewässerungsanlagen eingesetzt. Auch im Mittelalter musste man bewässern. Die Bewässerung wurde mit einem ausgedehnten System von Gräben und Rundholzkenneln sichergestellt. Das System war länger als 40 km. Heute sind diese Einrichtungen zu einem grossen Teil verwachsen oder aufgeschüttet, weil man sie nicht mehr braucht. Überreste kann man vor allem im Waldgebiet finden. Häufig merken die Wanderer gar nicht, dass ihr Weg entlang einem ehemaligen Bewässerungssystem folgt. Oberhalb von Müssteier ist 2003 ein kurzes Stück vom historischen Wassersystem rekonstruiert und für touristische Zwecke zugänglich gemacht worden. Die Wasserfassung erfolgt in einem Bach. In Rundholzkenneln wird das Wasser entlang von Felsen in den Wald eingeleitet, wo es dann in einem Kanal weiterflusst. Mit Hilfe von Ableitungen und einer Art Schliessen kann der Wasserfluss reguliert werden. Die Wassernutzung war genauestens festgehalten im Wasserreglement, dem sogenannten Rodel. Auch die Verpflichtung zum Unterhalt und Reparatur war detailliert geregelt. Die abschnittsweise Sanierung der historischen Bewässerungsanlagen, so wie sie heute läuft, hat weniger der landwirtschaftlichen Nutzung, sondern ist viel mehr eine Bereicherung des touristischen Angebots. Am 1. Januar 2009 haben sich südlich vom Offenpass Gemeinden Tschierf, Fuldera, Lü, Valjava, Santa Maria und Müssteier zusammengeschlossen. Das historische Bewässerungssystem ist eines von 24 Teilprojekten, mit denen die Ortschaft das Projekt Piosfera-Walmüssteier realisieren wollen. Am 2. Januar 2009